Herzlich Willkommen an euch von der Zürich mit Lexi, Leon aka 1-2-Gamer-D, Conny und Simon. Ach ja, Magnus ist auch dabei. Magnus ist natürlich auch dabei. Den kennen wir ja jetzt mittlerweile. Der schwert mich einfach ohne rund an. Seitdem hassen wir ihn alle. Ja, das ist der Grund, wieso wir den hassen. Ja, wir sind wieder cool, Member. Ich war heute noch kein einziges Mal Imposter. Das ist ein bisschen traurig. Aber egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist mein Bomben geblieben? Och, ein richtig schöner Song von Eiterbeule. Falls ihn jemand kennt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Das waren noch Zeiten. Das Lied, das kann ich immer noch. Richtig heftig. Ich guck, ich hab die Taste da oben einfach zu. Weil, keine Ahnung, die brauch ich einfach nicht. Jetzt muss ich da oben zu. Security! Und es ist immer noch keiner gestorben. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Wir sehen es gleich. Da ist auf jeden Fall Leon. Leon ist am Start. Der läuft hin und her wie ein Weltmeister. Wir gehen jetzt erstmal zu den Weepern. Zu den Waffen... In die Waffenkammer! Auf geht's! Oh nein, der ist Simon. Da ist Simon. Der kommt wohl von rechts, wie ich das hier gerade sehe. Oh, ich dachte schon, wir müssen da Meteororen abschießen. Darauf hätte ich jetzt keine Lust gehabt. Das dauert nämlich echt lange. Sehr lange sogar. Ja, so, mal aus. Das startet bald. Dann kommt ja auch noch, äh... Äh, hier. Gott. Oh, hier ist eine Leiche. Biii. Oh, schon zwei? Also ich hab... Ich glaub, ich hab Magnus gefunden. Der war ganz rechts in der Navigation. Das ist... Ich war... Ich war rechts, ne? Bei Oxygen. Ganz am Anfang. Und Conny auch. Und ich bin nach rechts gegangen. Und Conny war da immer noch. Und dann ist Conny runtergegangen. Und ich bin auch nach unten gegangen. Dann waren wir... Äh, dann bin ich zu Admin gegangen. Dann ist Conny nachgekommen zu Admin. Und dann bin ich zum Electrical Raum. Und kann ich mir... Äh, also Conny war dann auch hinter mir. Und da hätte... Und ich dachte ganz halt, da kehrt mich jetzt oder so, ne? Weil es ist halt der scheiße Electrical Raum. Und dann rennt er raus. Ich musste aber zwei Tasts da machen. Und rennt nach links dann. Und dann reportet ihr eine grüne Leiche. Während ich nach rechts gegangen ist, ist mir Simon auch entgegengekommen. Ich habe, äh, oben dieses, äh, Shootings dann gemacht. Und bin dann, äh, zum Reaktorraum gegangen. Und wie viele Shoots musst du da machen? 20. Ja, hätte ja vielleicht klappen können, oder? Ja, fuck. Wir sind immer 20. Iggy, ähm, wo warst du? Ich war gerade bei Coms. Bei Coms. Wo ist das denn? Ja, da unten. Und neben Shields, neben Storage, rechts. Achso, ah, hm, da könnte es natürlich Leon auch gut gewesen sein. Ja, das ist richtig. Ah, nee, 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 ich glaube nicht Leon. Weil der hätte mich locker oft töten können. Lexi, wo warst du? War rechts, mit Conny. Dann bin ich nach unten gegangen und... Ja, das will ich alles nicht wissen. Wo warst du eben? Im Elektrikerraum. Und dann bin ich nach links gegangen. Und von wo bist du gekommen? Von rechts, mit Conny zusammen. In den Elektrikerraum. Wie, mit Conny? Wo warst du eben gerade, kurz bevor die Leiche gefunden wurde? Ich musste zwei Tasks machen, er einen. Er ist rausgegangen, nach rechts. Aber ich bin nicht gegangen. Aber Alexi, willst du nicht antworten auf meine Frage, oder? Was jetzt? Oh Gott, nur noch fünf Sekunden. Okay, einer von den beiden ist lost. Aber wer? Lexi. Ja, ich bin suspekt. Ja, wir hätten lieber Lexi rausgeschmissen, weil... Ja, wenn du gar nicht auf meine Fragen antwortest, bist du mir sehr suspekt. Welche denn? Welche Frage denn? Ne, jetzt ist ja hier nicht mehr Regen. Ja, passt. So, okay. Also, Lexi oder Simon, ich bin gespannt. Da ist gleich bestimmt jemand tot. Und am besten... Ah, nee, Kill Countdown ist da noch. Wie hoch ist der eigentlich? Der Cooldown. Das habe ich nicht nachgeguckt. So, ich muss nach oben. Oh nein. Äh, Leon, gehst du da hin, oder? Wo hin? Okay, okay. Ich renne. Ah, ja, geh du nach unten. Geh du nach unten. Fünf, vier, sechs, fünf, eins. So, okay, okay. Ich habe es geschafft. Hat es Leon auch geschafft? Sehr gut. Lexi rennt weg. Okay, okay, es leben noch alle. Okay. Okay. Ich glaube immer noch, Simon, wenn mein Downloads jetzt nicht fertig ist. Ich glaube, Conny macht die Downloads eh nicht, also... Es ist auch egal. Oh, scheiße, fertig. Lexi, 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 Lexi. Oh, ich bin disconnected. Ah, dann... Ich sage, es ist Lexi. Ich sage, es ist Simon. Oder ist es Moritz? Könnte natürlich auch sein. Ja, natürlich. Ah, das ist natürlich dumm. Simon hat gerade verloren, weil Lexi disklaß. Oh mein Gott. Das war... Wow. Oh Gott, Lexi. Du hast die Feigelems. Taktischer Disconnection. Ja, Simon, hättest du mal... Mit Lexi rausgeworrt, dann. Ne, ne, ich war nicht im Pass, dann wär die Runde gleich auf. Ja, sie waren halt einfach... Dich... Ja, ich hab äh... Bei der vorherigen Abstimmung geskippt. Ja. Aber ich hab auch... Das war ja gut. Immer. Das... Das war ja okay, aber dann hättest du halt Moritz überleben müssen. Ja, wir hatten dann aber das erste Links, und ich hatte noch gar nie Probleme. Ich wollte nach rechts gehen, war schon auf dem Weg dahin, aber ich hatte dann gar keine Zeit mehr. Ich wollte schon das Meeting einberufen sein. Ja, das war halt echt... Das ist ja auch echt gemein, wenn du so grad Kill abhasst, in the meeting, und dann ist ja, das ist auch cool auch nicht. Ich hatte halt gar keine Möglichkeit, zu... Ah, okay. Oder was du einfach machen kannst, die ganze Zeit im Event bleiben. Leider, ich habe keinen Kill, aber auch cool auch. Achso. Wie oft passiert das noch? Wie oft passiert das noch? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin mit Conny jetzt allein. Ja. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall Leute, äh, verfolgen. Das ist schon mal sicher... Oh, nee. Wir haben hier die Taschenlampe wieder. Oh, was ist das denn? Grün ist Magnus. Oh, Leon ist da in der Nähe. Das ist sehr gut. Komm, 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 komm. Da, da, rechts. Super. Super. Ja. Das ging schnell. Das ging schnell. Ja. Hier, Magnus. Ich war ganz nett mit Conny im Ort zu Jyn, dann kam Liam rein, dann sind wir nach rechts gelaufen und da war die Leiche. Ich bin, also ich bin links runter über Mad Bay, äh, und die A-Flying Angels. Hier. Was war jetzt? Ich hab kein Wort gesagt, ob zwei Leute wohnen. Ja, weil ich seh, dass es offensichtlich ist. Warum ist es offensichtlich? Hier wusste ich nicht, warum sie war das. Ja, weil ich dich von der Leiche wegrennen sehe. Rein statistisch ist es möglicher, dass du es wirst, als Sierra. Was? So funktioniert keine Statistik, Conny. Ich hoffe... Statistik. Ja, ist... Rein, rein. Wie heißt das? Doch, ha... Stopp. Auch da nicht! Doch, rastig. Ne, wie war das? Ach, egal. Oh, du hast auch funktioniert. Nächste. Meine statistischen Ausrechnungen haben Fall gelöst. Nein, viel Spaß, wenn wir in Mathe zu Stochrastik kommen. Ja, das wird toll. Topp. Alter... Boah, Mann. Ich werd nie Imposter, Leute. Ich war heute noch kein einziges Mal Imposter. Ach, ich muss wieder hier oben hin. So, ein Kack-Download hier machen. Nexi guckt mal kurz vorbei. Und geht wieder... Was hat der Nexi gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Dexi da jetzt gemacht hat. Was er da wirklich Müll weggebracht hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Aber naja. Naja, naja, naja. Wer hat... Der hat noch nicht. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. So. Das hier kriegen wir auch schon easy hin. So, wir müssen nochmal die Karte dann noch los schieben. Und... Zack. Alter, ich... Ich bin einfach... Ich bin einfach Trash. Ich bin Trash. Danke. So. Was mit dem? Oh, hier sind alle. Sehr interessant. Muss nach rechts. Hier sehe ich noch nichts. Noch nichts Verdächtiges, Leute. So, Schilder sind wieder hochgefahren. Wir gehen mal wieder zur Navigation. Da sterben auch sehr oft welche. Oh, da wurde jemand gefunden. Äh, Electric. Okay. Wir und ich waren gerade auf dem Weg dahin. Lexi war es glaube ich nicht. Conny war es glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Conny und dir waren. Ich bin... Also... Mir ist schon am Anfang der Runde Moritz wirklich frisch hier vorgekommen. Hä? Ich war eigentlich die meiste Zeit bei Leon. Ja. Weil der einfach nach rechts gegangen ist. Ja, ich bin nach rechts gegangen. Dann hat er sich irgendwie umgeschieben. Richtung Navigation. Ja, weil ich... Hallo, am Anfang da gehe ich immer direkt in eine Richtung und dann gucke ich auf die Karte. Dann merke ich, oh da muss ich ja erstmal gar nicht hin. Sondern da bin ich nach oben zu Leon gegangen. Das erste Mal, dass du das gemacht hast. Und was hast du da für eine Dings gemacht? Drähte. Drähte waren das. Drähte? Ja, oben sind nur Drähte. Ja, aber was hast du denn weiter gemacht? Drähte? Du standst genau da wo ich stand und du hast Drähte gemacht? Ja. Ja, ich mein, das wäre Drähte gewesen. Ich hab abgeloadet. Ja, aber kannst du sagen, da wohnt ihr am Stand. Ach, Upload. Genau, Upload war es. Ja. Ja, wo ist der Anfang der war? Wer ist nochmal Moritz von den beiden? Algranger. Hallo, hallo, ich bin... Leon, ist das jetzt echt dein Ernst? Oh, Conny, ich bin mit dir runter gegangen. Dann bin ich nach rechts gegangen. Richtung Navigation. Ja, cool. Aber das war ganz schön schlecht. Ja, und die gleiche lag links. Ich war nie links. Ich konnte da doch nie gewesen sein in der Zeit. Ja, wenn du es nicht warst, ist es jemand. Ja, tut mir leid, dass wir dich als erstes rauswerden. Das tut mir voll leid. Ja. Lächerlich. 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 Komm, du warst es, oder? Komm, 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 komm. Ja, er war's. War das nicht. Stopp. Wieso wächst es? Oh mein Gott, ich war das. Ja, ich hab's euch erklärt. Am Anfang lauf ich direkt in der Richtung und dann drück ich erst die Karte. Aber warum machst du den Adrete? Und warum machst du den überhaupt nicht? Hä, was? Ja, es gab keinen Fortschritt und es... Äh, ich hab's aber wirklich gemacht. Ich hab's gemacht. Bei Drete gibt's doch keinen Fortschritt erst bei dem letzten Draht. Nee, nee, es war Upload, glaub ich. Aber warum? Ich musste zwei Sachen uploaden, Leon. Beim letzten Draht kommt der Fortschritt erst. Leon, ich musste zwei Uploads machen. Oh ja. Trotzdem lächerlich. Mann. Schwierig, Leon. Das war mir so klar. Ich dachte mir, ich bleib da schön stehen, damit er mich tötet und ihr beide aus dem Hinterraum kommt gleich raus. Was ist so? Eben. Schwein. Ich bin dafür, dass ihr Conny rausvortet. Schade. Ja, okay. Es tut mir sehr leid, Wolz, aber... Damit kann ich auch nichts kaufen. Du gehst nach rechts... Du gehst nach rechts... ...um, danach dich und... Also wirklich? Das ist... Ja, das war's. Das war's. Morgenast, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.